Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch mal wieder eine Axt vor, diesmal von einem anderen Hersteller und zwar von Condor Tool & Knife. Zwar habe ich hier die Camping-Axt aus der Classic-Serie, ist in Deutschland zwar eher selten, aber ich wollte es euch trotzdem mal vorstellen. Also viel Spaß beim Video. Die Axt wird in El Salvador hergestellt, ist 35,8 cm lang und wiegt zusammen mit der 52 g schweren Lederscheide 875 g. Die leicht gerundete Schneide ist 7,8 cm lang und besitzt einen sehr balligen Schliff. Dadurch wird das verkannte Material reduziert. Hier seht ihr den kleinen Bart der Axt am unteren Teil der Schneide. Auf der anderen Seite die kleine Schlagplatte, die sich gut für kleine Hammerarbeiten eignet. Außerdem ist sie abgerundet und eignet sich deswegen auch gut zum Häuten von Tieren. Für sicheren Halt ist der Stiel im Auge mit einem Holzkeil und Sicherungsring fixiert. Auf ausgeschmiedete Ohren am Kopf wurde bei dieser Axt verzichtet, was aber auch durch eine Kopfbreite von 5 cm nicht so schlimm ist. Der Kopf wiegt 600 g und besteht aus einem 10-60er Kohlenstoffstahl mit einer Härte von 45 bis 50 Rockwell, der nicht rostfrei ist. Da es sich um die Classic Serie handelt, ist der Kopf bis auf die Schneide und Schlagplatte unbehandelt. Der urige Look gefällt mir allerdings bei der Konkurrenz etwas besser. Ausgeliefert kommt die Axt ohne Rasierschärfe, was aber nicht heißt, dass sie nicht scharf ist. Mit der Axt lassen sich kleinere Baumstämme gut durchtrennen. Die Schnitthaltigkeit ist mit dem etwas weicheren Stahl und dem balligen Schliff sehr ausgeglichen. Die Köpfe werden übrigens in El Salvador von Hand geschmiedet. Wie bei fast allen Äxten und Beinen üblich, wird auch hier für den Stiel ein langlebiges und flexibles Hickory-Holz aus den USA verwendet. Mit der Axt kommt noch ein handgemachter, dunkelbrauner Schneidenschutz aus Leder mit Druckknopf. Eine Gürtelschlaufe ist nicht vorhanden, aber die Axt lässt sich dank der kompakten Maße sehr gut in kleineren Rucksäcken verstauen. Verwendet werden kann die Axt gut zum Spalten von Kleinholz, aber auch feinere Arbeiten sind durch den leichten Stiel kein Problem. Allerdings fiel mir das Schnitzen von kleinen Locken durch den sehr balligen Schliff etwas schwer. Kleinere Baumstämme sind wie schon erwähnt kein Problem und das verkannte Material ist sehr gering. Auch die Handhabung der Axt ist komfortabel und durch die Verdickung vor dem Kopf am oberen Ende des Stiels sind auch feinere Arbeiten auf Dauer angenehm. Die Befestigung des Kopfes und der Abgleitschutz am unteren Ende des Stiels geben ein sicheres Gefühl beim Arbeiten. Kommen wir zum Ende. Ja liebe Zuschauer, da bin ich schon wieder. Mir gefällt die Axt ganz gut. Der Preis mit ca. 50 bis 70 Dollar völlig in Ordnung und die verwendeten Materialien sind auch gut. An sich unterscheidet sich die Axt auch kaum von denen, die ich euch schon vorgestellt habe. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, war das Design. Meiner Meinung nach ein bisschen lieblos und durch die fehlenden Ohren wirkt die Axt ein bisschen langweilig. Mir persönlich fehlt noch die gewisse Note für ein Classic Design, aber das ist Geschmackssache. Ansonsten eine gute Axt zum guten Preis. Wer Interesse an der Marke hat, andere Modelle sind hier in Deutschland noch ein bisschen mehr vertreten. Links dazu unten in der Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Gebt mir ein Like, lasst einen Kommentar und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, euer Gear Guide. amigo haben mir das Video gefallen hat, aber jetzt